Oh, Waterman! Aquaman, meine ich. Bounce! Autsch, fand ich nett. Autsch. Nein, tot! Ich sag doch, der war mein Ende. So, was wird wohl gegen Aquaman gut sein? Hm. Egal, wir werden uns erstmal Grenademan widmen. Ahem. So. Und zwar mit unserer T-Claw. So. Damit wir erstmal das gröbste hinter uns haben. Autsch. Autsch. Apsa. Okay, dann komm runter. Autsch. Bäm! Tot ist er. Gut, fertig. So, jetzt kümmern wir uns erstmal noch um... ...unser Freundchen Naseweiß. Blub. Äh, was war nochmal gegen den gut? Das hier? Was ist das oder was ist das? Die F-Bomb, oder? So, und wir werden gleich mal, wir haben ja genug davon, das anwenden. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es raubt uns halt nicht mehr so viel Energie dann, alles, was wir hier haben. Ja. Klappt. Bam. Ah, shit. Daneben. Einmal. Upsa. Au. So sollte das nicht passieren. Aber er ist tot. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Also haben wir kein... ...nix mehr zu befürchten, meine ich. Ach, jetzt kommt ja wieder der hier. Ja, dann machen wir den auch noch schnell kalt. Den machen wir kalt. Das hat gepasst. Ha. Hier, guck. Damit mache ich ihn kalt. Autsch. Das hat nicht gepasst. Na komm. Ah, daneben nicht. So. Bleh. Ah, das hat auch nicht ganz gepasst jetzt. Ah, das hat gepasst. Aber es hat mir wehgetan. Es hat dir mehr wehgetan als mir, hä? Wer ist du? Wer bist du und wer ist ich? Und wer hat sich das jetzt ausgedacht? Ah, haha. Jetzt kommt's. Ha. Voll, voll die Hammerattacke hier. Blah, 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 blah. Ah. Komm. Mach doch mal was Vernünftiges, bitte. Ah, okay. Das war vernünftig. Denn du bist jetzt tot. So. Geht doch alles auf einmal einfacher. So, jetzt nehmen wir wieder den Buster für unseren Freund Blaser. Obwohl, nein. Den, den werde ich mir aufheben. So. Hier hatten wir drin. Wen? Ah, genau. Surge Man. Na, können wir gleich mal testen. Wie, inwiefern das Ganze. Ah, Mist. Waffe hat nicht mehr gewirkt. Bam. Bam. Okay, es hilft anscheinend nicht sonderlich. Oder es... Oder ich nehme einfach mehr Schaden als sonst. Bam. So. Jetzt werden wir uns Clown Man widmen. Warum? Genau. Weil er Free Loot ist. Oh mein Gott. Ich verfalle in WoW-Slang. Wenn man ihn... Wenn man ihn vorsichtig macht, ist der Typ Free Loot. Deswegen mache ich ihn jetzt vorsichtig. Klingt komisch, ist aber so. Bam. Da, seht ihr? Free Loot. Mega Free Loot. Bam. Der kann nix. Oh. Ich hoffe es. Zumindest. So. Hier stehen bleiben. Alles no problem. Und die Hände auch nicht. Und wieder no problem at all. Gleich ist er tot. Na, was habe ich gesagt? Seht ihr? So einfach geht das. So einfach kann man sich an einem Boss aufladen. Aufgeilen. Nein. Äh. Oh Gott. Da haben wir ja wieder unseren Astro-Monster-Man. Wie macht denn... Wie hat man den nochmal gemacht? Was brauchen wir dafür? Sniper. Oder? Ja. Autsch. Bumm. Bumm. Na komm. Na komm. Tauch auf. Und du bist tot. Ah shit. Bäm. Einmal noch. Einmal noch. Ah. Jetzt. Ah, jetzt. Ja. Eine Insel. Äh. So. Welcher der beiden... Also das war Aqua. Und das ist... Mal gucken. Man. Mal gucken, man. Guck mal, man. Guck mal, man. Guck mal, man. Äh. Wer es nicht kennt, irgendwas... Irgend so ein Lied von... Cool, Savasch. So. Mir wurde gesagt... Aua. Nein. Aua wurde mir nicht gesagt. Also dass diese Waffe gegen den Hilfe soll. Tut's aber nicht. Ich mach ihn mit dem Basta. Und damit fertig. Hm. Ich mach ihn mit dem Basta und damit mach ich ihn fertig. Genau. Das hat richtig... Das war schon richtiges Deutsch. Ja, 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 ja. Also irgendwie, die Blase, die trifft ihn einfach nicht oft genug. Au. Tschu. Tschu. Bäm. Brrrr. Bäm. Brrrr. Ah. Brrrr. Brrrr. Ja, okay. Damit machen wir ihn jetzt fertig. Bäm. Bäm. Ich hasse es, ey. Ich hasse es, so einfache Bosse gegen mich. Und danach kommt ja schon Dr. Wily. Mal sehen, wie Dr. Wily abschneidet. Entweder hat er eine Phase, zwei Phasen oder 23 Phasen. Ich muss da also auf jeden Fall... Autsch. Aaaaaah. Ich muss da also auf jeden Fall... Aaaaaah. Weg. Autsch. So geht das nicht. Der muss mir doch... Der darf mich doch nicht töten. Das steht so nicht im Regelwerk. Aaaaaah. Darf er nicht. Ich sagte, er darf es nicht. Er tut es. Wieso halten sich Bosse nicht an das, was ich ihnen sage? Wieso tun die mir das an? Welche Waffe haben wir noch gar nicht benutzt? Hm. Die haben wir... Ah, die hier. Dann müsste das ja theoretisch die Waffe gegen diesen Boss sein. Na ja, mal gucken. Ja, ist es. Schön. Bams. Au. Ich sollte mir nur... Ich sollte nur aufpassen, wann ich sie benutze. Aber es ist... Free Loot. Dadurch ist er Free Loot. Würde ich jetzt glatt behaupten. So. Basta erst mal einsetzen. Oh, guckt mal, wer da ist. Dr. Wily. Wer hätte das gedacht? Was kann er? Er kann Sachen auf mich schießen. Er kann Dinge auf mich schießen. Wer hätte das gedacht? Au. Das ist aber eine böse Wily-Machine. Zwei. Drei. Ah, okay. Oder ich kann hinter ihn gehen, wenn das kommt. Wer weiß. So. Nein, kann ich nicht. Okay. Dann muss ich wohl... Oder übel... Ja. Und dadurch leiden dann. Was ich aber gleich nicht mehr brauche. So. Erste Phase erledigt. Zweite Phase kommt sogleich. Oh. Okay. Moment. Da weiß ich was. Game over. Scheiße. Ich dachte, das Ding trifft mich schon nur einmal. Und dann war's das. Nix. Ha, 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 ha. Äh. Ja. Erstmal wieder... ...die ganzen Bosse abgrasen, die böse sein könnten. Und, ähm... Was war nochmal gut gegen... Ach, genau. Flammenschwert gegen Searchman. Gegen Doppelkopf. Wir spielen jetzt Doppelkopf. Oder Mau Mau. Ich spiel Mau Mau mit dir, du... Böser. Du. Autsch. Ha, nein. Daneben. Rounds. Ha. Das war's schon. Okay. Hat wehgetan, aber wir haben ja Free Loot Man. Bitte, Free Loot Man 1. Kommen Sie. Und dann sterben Sie, bitte. Auf meine Anweisung. So. Free Loot Man kommt angeflogen. Und Free Loot Man kommt nochmal angeflogen. Und dann... ...nimmt er seine Hände und... ...er kann nix. Ah, au! Er kann doch was! Nein! Er konnte was! Verdammt. Free Loot Man hat mich getroffen. Wieso trifft mich Free Loot Man? Au! Warum trifft er mich schon wieder? Ich steh, glaub ich, zu nah an der Wand. Deswegen.